Hallo Leute, ich bin Snowdrop von dem Kanal My Little Pony Snowdrop. Ich will die kommen. Also heute habe ich ein ganz besonderes Video für euch. Also nicht besonders, also ich bin super aufgeregt, könnte man sagen, weil neues Pony, wisst ihr ja bestimmt, weil immer wenn ich sage, ich bin super aufgeregt, das neue Pony ist Applejack, aber eine ganz besondere Applejack. Also wunderschön, so eine ähnliche habe ich, aber nicht als Applejack. Und ich hole sie mal. Ähm, hier ist sie, hier ist sie, wartet, ähm, nicht ausschalten. Oh, ihr dürft sie noch nicht sehen. So, es ist eine ganz besondere Applejack. Die ist sehr wichtig und ich drehe das mal um, aber guckt noch nicht. Ähm, also, also nicht sehr wichtig, aber ganz besonders. Es ist nämlich, tadaaa, Applejack, aber ein Watercutie. Und die sind so cute. Versteht ihr? Wegen Watercutie, cute und egal. Und ich habe noch was ganz besonderes in diesem Video, was ihr vielleicht schon ein bisschen gesehen habt. Fußballkarten, weil bei uns hier sind die total im Hype und jeder liebt die. Und deswegen wollte ich, weil ich drei Packungen habe, vielleicht zwei davon in diesem Video auspacken. Vielleicht gibt's, wenn ihr weit weg wohnt oder gar nicht in Deutschland wohnt, die gibt's die vielleicht bei euch gar nicht, aber... Entschuldigung. Ähm, aber, naja, egal. Hier, das ist sie. Ihr seht sie, ein bisschen von der Verpackung. Ich zeig euch mal die Verpackung, was ich sonst nie tue, sozusagen. Oh, die ist so schön. Egal. Ähm, die Verpackung ist wunderschön. Hinten auch durchsichtig. Hier steht Explore. Ich kriegst du ja, also muss das so ein Herz sein. Ja, ist... Und sie ist wunderschön. Naja, egal. Dann ist hier bei der Verpackung noch sowas, wie man das macht und... My little pony. My little pony. My little pony. My little... Entschuldigung. Also, ähm, hier steht noch Applejack, Watercuties, Glitzerpony. Was für Glitzer, hä? Glitzer? Ja, ich hab doch einen Glitzerpony. Egal. Also, ähm, naja, also das war so die Verpackung. Da ist noch was dabei. Und ich pack sie mal aus, aber dafür mach ich... So, hallo Leute. Ich bin wieder... Warte. Hab ich gesagt? Hallo Leute. Ich bin Snowdrop von dem Kanal My little pony Snowdrop. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das am Anfang gesagt hatte. Aber entschuldigt mich, falls ich es vergessen habe zu erwähnen. Egal. Ähm, hier ist das Pony an sich und es ist wunderschön. So, wenn man sieht, die Haare sind wunderschön und weich. Ich hab das noch nicht aufgemacht. Sowieso mal näher ran. Also, die Augen. Nochmal Applejack Augen. Das hier. Und... Wow. Wie ne Schneekuppel. Und ich liebe Schnee. Und übrigens, es ist eine neue Serie. Die wird... Ähm... Alle... Alle... Alle vier Tage wird die Serie hochgeladen. Ich möchte nämlich nicht, dass mein Kanal zu voll mit dem... Mit der Serie wird. Aber... Egal. Also, da war noch so ein Kram dabei. Ähm... Ein Brüner. Und... Ähm... So ein... Ähm... So ein... Pinker Apfel. Wäre schöner, wenn er rot wäre. Aber egal. Ähm... Ja. Applejack. Oder ich glaub nicht. Ich nenn sie... Applejuice. Wegen Apfelsaft und Wasser. Und äh... Egal. Stell dich mal selber vor. Kannst du dich selber vorstellen? Ah, na klar doch. Okay. Dann... Tu das bitte mal. Ahem. Ahem. Äh. Hallo. Ich bin... Applejuice. Äh... Und... Oh, entschuldige. Ich hätte fast Englisch geredet. Ahem. Ähm. Mein Name ist Applejuice. Und... Man sieht... bin ich wunderschön na ja egal ja und ich mag es eigentlich nicht zu sagen ja wie gesagt ich nenne sie glaube ich apple juice nicht apple jewel also ich nenne sie apple juice diese kamera da war halt noch so eine spange dabei und das und das war es eigentlich auch von dem pony an sich auch die karten genau also ich kann jetzt ausmachen falls ihr die karten nicht sehen soll ich sag es nur mal kurz ich sammle diese karten nicht brauche sie auch gar nicht aber man kriegt die bei alti bei uns sonst wenn man auf einen bestimmten preis einkauft wir hatten halt drei pakete bekommen und zwei davon öffne ich jetzt im video aber dieses paket geht nicht auf die spannung steigt wohl also als ersten spieler haben wir das vielleicht aber das ist nichts jung 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 keine ahnung wie man den ausspricht glitzende karte egal kamacho oder wer das auch ist wir haben ich belasse es lieber bei einer verpackung weil ich glaube das will niemand sehen wir verabschieden uns dann mal wir verabschieden uns dann mal also wir sehen uns dann beim nächsten video wieder tschüss tschüss tschüssesar tschüss